Der Pfarrer zum jungen Mädchen nach der Beichte Du hast ein großes Unrecht getan, deine Unschuld für 20 Euro herzugeben. Daraufhin flüstert das Mädchen, ich weiß, ich hätte mindestens 500 verlangen sollen. Manche Mädchen tragen so enge Jeans, dass man ihnen jeden Wunsch von den Lippen ablesen kann. Ein Mann fragt ein junges Mädchen, würden Sie für eine Million Euro mit einem wildfremden Mann schlafen? Sie antwortet, aber sicher, sofort. Er fragt weiter, würden Sie für 15 Euro mit mir schlafen? Und sie antwortet, wofür halten Sie mich denn? Und er sagt, naja, das hatten wir ja schon geklärt, jetzt verhandeln wir eben nur noch über die Höhe des Preises.